Darf ich vorstellen? Das ist Erika, die faule Sau. Die sparotzt sich hier immer durch. Während ihr Mann Horst, die alte faule Sau, zu Hause rumsitzt und den ganzen Tag nur auf Fußball kickt und sich nicht um die Kinder kümmert. Also muss die arme Alte hier ständig für Futter sorgen. Und wie man sieht, frisst die alles alleine auf. Erika, deine Kinder haben auch Hunger. Denk mir nur an dich, du faule Sau. Nimm mal mit nach Hause. Kann ja wohl nicht wahr sein. Deine armen Kinder, sollte man die wegnehmen. Jugendamt, ich hab hier nur eine Kandidatin, die ihre Kinder loswerden will. Hallo? Erika, nimm jetzt was mit nach Hause und verpiss dich von hier. Es ist dunkel draußen, die schlafen, die muss hier arbeiten. Ich hab Bock, dich zu überfahren. Erika? Ach, leck mich doch. Na gut. Den sparotzt ruhig weiter rum. Und grüß mal deinen Mann, dem Horst, die faule Sau.